Ich denke, für mich ist wichtig, dass die Mannschaft mit Freude und Spass in dieses Spiel geht, dass sie dieses Spiel geniesst. Ich glaube, zu verlieren haben wir nichts. Von daher Dortmund Haus, hoher Favorit. Aber das sind genau solche Spiele, da kannst du immer wieder mal eine Überraschung schaffen. Und an das musst du glauben. Ich glaube, dazu braucht es sicher das nötige Wettkampfglück, ganz sicher. Ich gehe auch davon aus, dass wir ein bisschen hoffen müssen, dass sie nicht ihren besten Tag erwischen und wir einfach einen ganz guten Tag haben. Und dann ist im Pokal immer einiges möglich. Wir müssen uns nur zutrauen. Wir müssen daran glauben.